Hallo liebe Gäste, ganz herzlich willkommen auf MS Albatross. Schön, dass Sie sich für unsere Kabinen interessieren. Und ich bin hier gerade in Kabine 8026 auf dem Apollo-Deck der MS Albatross. Sie können sich gerne in unserem 360-Grad-Video umschauen. Und vielleicht sehen wir uns ja bald. Untertitelung des ZDF, 2020